Moin und damit herzlich willkommen zum 27. Video aus meiner Geschichtsreihe der NFL. Heute geht es um eines der beliebtesten, wenn nicht sogar das beliebteste Team der NFL, wenn es um den deutschsprachigen Raum geht. Dabei gibt es das Franchise noch gar nicht so lange. In der verhältnismäßigen jungen Vergangenheit hat man jedoch einiges erlebt und es lohnt sich auf jeden Fall etwas näher auf die Vereinsgeschichte zu schauen. Also verlieren wir keine Zeit und starten doch direkt rein. Die Gründung der Seattle Seahawks fällt in die Zeitspanne direkt nach dem Merger. Der Zusammenschluss von AFL und NFL war erfolgreich und die 26 Teams haben sich in der neuen Liga gut eingelebt. Die Führung der NFL wollte jedoch mehr und so entschied man sich erneut zu einer Erweiterung der Liga. Zwei Teams sollten der Liga beitreten, zum einen die Tampa Bay Buccaneers und zum anderen natürlich die Seattle Seahawks. Das erste Mal über ein neues Franchise in Seattle wurde bereits 1969 diskutiert. Da vergangene Franchises, die der NFL beigetreten sind, immer profitabel waren, gab es einen regelrechten Wettstreit darum, wer denn das neue Team finanzieren wird. Am Ende bekam Kaufhausbesitzer Lloyd W. Nordstrom die Zustimmung der NFL und ihm wurde auch die Lizenz verkauft. Nachdem Namen wie Sea Lions oder Kings in den Raum gefallen sind, ließ man dann doch die Fans entscheiden. Es gab über 20.000 Einsendungen mit etwa 1.007 Uhr Vorschlägen. Seattle Seahawks setzte sich schließlich durch. Es gab bereits 1946 ein Team mit dem Namen Seahawks, dieses war jedoch in Miami und hat nichts mit den heutigen Seahawks zu tun. Genau 30 Jahre später sollte es für die neuen Seahawks in der NFL losgehen. Tragischerweise verstarb Investor Nordstrom wenige Wochen vor dem ersten Spiel. Vor Saisonbeginn machten die Seahawks noch einen Trade, der die Anfangsjahre prägen sollte. Für einen Draftpick in der 8. Runde des NFL Draft 1977 erhielten sie von den Houston Oilers mit Wide Receiver Steve Largent, ein späteres Mitglied der Pro Football Hall of Fame. Er war das erste Gesicht der neuen Franchise. Am 12. September 1976 traten die Seattle Seahawks zu ihrem ersten regulären Spiel an. Im heimischen Kingdom unterlagen sie allerdings den St. Louis Cardinals mit 24 zu 30. In Woche 6 gab es gegen die Tampa Bay Buccaneers den ersten Sieg von insgesamt nur zwei in der Auftaktsaison. Die Seattle Seahawks und die Buccaneers waren früher enger verbunden als heute. Die ersten Jahre fanden sogenannte Expansion Games statt. Das waren Spiele zwischen den Seahawks und den Bucs. Auch tauschte man im zweiten Jahr einfach die Division. Die Seahawks wechselten in die AFC West, die Bucs in die NFC West. In der Saison 1978 erzielten die Seahawks mit neun Siegen und sieben Niederlagen erstmals eine positive Bilanz. So schnell haben sich nur wenige Teams in der neuen Liga etabliert. Als die 80er begannen lief es jedoch gar nicht mehr in Seattle. Es hagelte Niederlagen am Stück und Fans warteten vergeblich auf einen Heimsieg. Und in der durch einen Spielerstreik verkürzten Saison 1982 flog auch schließlich der Gründungscoach Petterra raus. Der Trainer Chuck Knox sorgte 1983 für die ersten großen Erfolge der Franchise. Die Seattle Seahawks zogen zum ersten Mal in die Playoffs ein. Bezwangen unterwegs die Denver Broncos mit John Elway und die Dolphins mit Dan Marino. Im AFC Championship Game war aber dann Schluss. Hier in den späteren Super Bowl Champion, die Los Angeles Raiders. Mit einem 12 zu 4 Rekord in der darauffolgenden Saison war man erneut Anwärter auf den Super Bowl. Das Spielsystem bekam den Namen Ernox, da man überwiegend Wert aufs Passspiel legte. Auch die Defense konnte überzeugen, besonders am 10. Spieltag, als man die Kansas City Chiefs mit 45 zu 0 besiegte. Die Defense stellte dabei einen beeindruckenden Rekord auf, denn man trug vier Interceptions in die gegnerische Endzone. In der Wildcard-Round gewann Seattle gegen den Titelverteidiger die Los Angeles Raiders mit 13 zu 7. Sie kamen in der nächsten Runde aber nicht an den Miami Dolphins vorbei, die mit Dan Marino 10 zu 31 gewann. Nach diesem Höhenflug folgten aber wieder trostlose Jahre. Man verschwand wieder im Mittelmaß. 1987 und 1988 schaute man noch kurz in den Playoffs vorbei, konnte aber wieder nicht überzeugen und scheiterte früh an den Eulers und an den Bengals. Danach folgte wieder eine Durchstrecke für die Seahawks. Elf Jahre lang gab es kein einziges Mal Playoff-Football in Seattle zu sehen. 1992 holte man dann sogar nur zwei Siege, bei 14 Niederlagen. Man schnitt somit schlechter ab, als in der ersten Saison in der Vereinsgeschichte. Die folgenden Jahre verliefen auch nicht besser. Viele Draftpicks erwiesen sich im Nachhinein als Fehler und außerdem wurde das Team von Verletzungspech geplagt. Trauriger Höhepunkt war ein Autounfall, bei dem sich drei Spieler der Seahawks verletzten und Defensive Tackle Michael Fryer sogar eine Querschnittslähmung davontrug. Fast wären die Seattle Seahawks zu den Los Angeles Seahawks geworden, denn der damalige Owner Ken Baring wollte umziehen. Doch ein Vertrag, der ihn an Seattle gebunden hat und die Proteste der Fans vereitelten den Plan. So verkaufte er das Franchise an Paul Allen, einen Mitgründer von Microsoft. 1999 gab es auch einen Wechsel auf dem Trainerposten. Mike Holmgren übernahm den Job und formte gleich mal ein besseres Team, mit dem er das erste Mal seit 1988 die Playoffs erreichte. Das Playoff-Spiel verlor man aber erneut gegen einen alten Bekannten, nämlich gegen die Miami Dolphins mit 17 zu 20. 2002 veränderte sich nahezu alles bei den Seattle Seahawks. Man kam ein neues, moderneres Logo, die Trikotfarben waren neu und man zog in das Seahawks Stadium, was später in Century Linkfield und danach in Lumenfield umbenannt wurde. Außerdem passierte noch etwas Seltenes. Man wechselte erneut die Conference. Ab sofort spielt man wieder in der NFC West, wo man die erste Saison der Vereinsgeschichte bestritten hatte. Ab dem Jahr 2003 waren die Seahawks Dauergast in den Playoffs und das sind sie auch noch bis heute. Man spielt immer eine gute Regular Season, doch in den Playoffs ist immer der Wurm drin. Mit einem 10 zu 6 Record kam man also 2003 in die Playoffs und stand den Packers gegenüber. Das Spiel ging in die Overtime, wo sich Matt Hasselbeck bei der Platzwahl zu dem Kommentar, der über die nicht abgeschalteten Schiedsrichtermikrofone durchs ganze Stadion schalte, hinreißen ließ. We want the ball and we are going to score. Ein paar Minuten später war Hasselbeck ein Interception zum Cornerback der Packers, Al Harris, der den Ball in die gegnerische Endzone zurücktog und damit die Saison der Seahawks beendete. In der Saison 2005 sollte es besser laufen. Mit einer 13 zu 3 Bilanz ging es in die Playoffs. Der Sieg gegen die Redskins im Auftakt war der erste Playoffsieg seit 1984 und der Einzug ins NFC Championship Game. Die Seattle Seahawks standen 1983 schon im AFC Championship Game. Damit sind sie das einzige Team, welches in beiden Conferences ein Championship Game bestritt. Der Lohn der Mühe war die Teilnahme am Super Bowl 40. Die Pittsburgh Steelers holten sich allerdings den Titel. Diese Super Bowl Niederlage ist aber nicht ganz unumstritten. Denn hier wimmelte es nur von Fehlentscheidungen und alle waren zufällig gegen die Seahawks. Es gibt sogar einen ganzen Wikipedia Artikel, der allein die Fehlentscheidungen auflistet. Nach dem Spiel erzählte Seattles Head Coach Mike Holmgren vor laufender Kamera 2010 gab der Hauptschiedsrichter zu, dass er einige Fehlentscheidungen in diesem Spiel getroffen habe. Von 2004 bis 2007 wurde man immer Erster in der eigenen Division. Doch außer der Super Bowl Teilnahme konnte man keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. 2008 und 2009 blieb man dann sogar komplett aus den Playoffs raus. 2010 gab es dann wieder einen kompletten Umbruch in Seattle. Neuer Head Coach wurde Pete Carroll, der von der University of Southern California nach Seattle wechselte. Carroll galt schon immer als Players Coach, doch bei seinen früheren NFL Stationen war er nicht allzu erfolgreich. Außerdem tradete man für Marshawn Lynch, der schnell zur Identifikationsfigur wurde und bestimmt auch einige Fans in Deutschland zu den Seahawks brachte. Die Regular Season ging mit einer Bilanz von 7 zu 9 zu Ende. Das reichte in der NFC West aber trotzdem für Platz 1. Und so kamen die Seahawks als erstes Team überhaupt mit einer negativen Bilanz in die Playoffs. In der Wildcard-Round warteten die New Orleans Saints. Das Spiel war die Geburt von Beast Mode Marshawn Lynch. In einem Lauf durchbrach Lynch 9 Tackles und lief für 67 Yards zum Touchdown. Die Fans waren nicht mehr aufzuhalten und es wurde so laut im Stadion, dass von einem Seismografen ein Erdbeben gemessen wurde. Der Spielzug bekam den Namen Beast Craig und machte den Running Back unsterblich. 2012 kam dann die nächste Identifikationsfigur nach Seattle, und zwar Russell Wilson. Der Quarterback wurde zwar nur in der dritten Runde gedraftet, doch er konnte bereits ab dem ersten Spiel überzeugen und ist bis heute einer der besten Quarterbacks der gesamten Liga. In seiner ersten Saison scheiterte er in der Divisional Round an den Atlanta Falcons. Trotzdem brach er einen Rookie-Rekord nach dem anderen. Im nächsten Jahr sollte er noch eine Schippe drauflegen, doch vor allem die Defense konnte überzeugen. Die Pass-Defense wurde als Legion of Boom bezeichnet und war das Highlight des gesamten Seahawks-Rosters. Cam Chancellor, Richard Sherman, Earl Thomas und Deshaun Sheet sind die bekanntesten Mitglieder dieser Abwehrreihe. Cam Chancellor ist für den Spitznamen verantwortlich. Er beschrieb in einem Interview den lauten Knall, wenn seine Defense zu Werke geht. Angelehnt an die Legion of Doom aus dem DC Comics war die Legion of Boom formiert. Mit 13 zu 3 marschierte man augenscheinlich problemlos in die Playoffs. Und jeder Seahawks-Fan war gehypt, denn man war ein klarer Anwärter auf den Super Bowl. In den Divisional Playoffs besiegte man die Saints mit 23 zu 13. Im NFC Championship Game kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Rivalen aus der Division, den San Francisco 49ers. Mit 23 zu 17 konnte man in den zweiten Super Bowl der Vereinsgeschichte ziehen. Am 2. Februar 2014 spielten die Seahawks im Super Bowl 48 gegen die Denver Broncos, wodurch es zum Aufeinandertreffen zwischen der besten Defense und der besten Offense angeführt von Peyton Manning kam. Das Spiel endete mit dem überraschend deutlichen 43 zu 8 Sieg zugunsten der Seahawks. Damit stand die erste Meisterschaft in der Franchise-Geschichte des Seattle Seahawks fest. Im darauffolgenden Jahr fand man sich mit einem 12 zu 4 Rekord erneut in den Playoffs wieder. In der Divisional Round besiegte man die Carolina Panthers und im NFC Championship Game konnte man in der Overtime gegen die Green Bay Packers gewinnen. Somit stand man erneut im Super Bowl und hatte die Möglichkeit, den Titel zu verteidigen. Der Gegner waren die New England Patriots und das Spiel war lange offen. Beim Stand von 24 zu 28 aus Sicht von Seattle standen die Seahawks noch ein Yard vor der Endzone, bei noch 20 Sekunden auf der Uhr. Dann fehlte das Trainerteam eine folgenschwere Entscheidung. Statt eines Laufspiels mit Beast Mode, Marshawn Lynch wurde ein Pass versucht. Der Cornerback der Patriots, Malcolm Butler, ging dazwischen, fing den Ball ab und das Spiel war zu Ende. Seattle ging leer aus. Nach den Super Bowl-Teilnahmen kam man außer 2017 jedes Jahr in die Playoffs. Doch entweder schied man in der Ycard-Round oder in der Divisional-Round aus. Nachdem sich die Legion of Boom auflöste, konnte man nie wieder an einen so kompletten Kader rankommen. Man war immer oberer Durchschnitt, aber nie die Elite. Sooo, das war's noch wieder mit diesem Video über die Seattle Seahawks. Als nächstes kommen die Tampa Bay Buccaneers dran. Die wurden dann gleichzeitig mit den Seahawks gegründet. Wenn ihr die restlichen Teams nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Sonst gibt's nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschöö.